Wir schreiben das Jahr 2017, um genau zu sein den zweiten ersten. Und ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Bei mir war es ruhig und besinnlich, habe die Nachbarn beobachtet, wie sie geböllert haben, weil ich mag das Böller nicht so, so Lärmkrachen, es ist nicht so meins. Ich mag lieber die bunten Sachen, die so auf dem Boden herumwirbeln. Jedenfalls, kaum ist das neue Jahr da, habe ich direkt eine Bit an euch. Diese Bit hat aber nichts mit meinem Kanal zu tun, also nichts mit irgendwelchen Spielen, Abstimmungen, und Süßigkeiten, keine Ahnung was. Nichts damit zu tun, ganz im Gegenteil, es ist nur eine Bitte meinerseits, denn eine sehr gute Freundin von mir, die liebe Schü, sitzt an ihrer Bachelorarbeit und hat dazu eine Umfrage erstellt. Da wäre es halt natürlich gut, wenn ganz viele Leute daran teilnehmen, weil je mehr Ergebnisse, desto besser kann sie ihr Gesamtergebnis halt darstellen. Und ich selber habe natürlich auch schon daran teilgenommen, weiß daher, dass es wirklich nicht lange dauert, das Ganze ist anonym, es ist kostenlos, es ist kein großer Aufwand. Also würde ich mich sehr darüber freuen, und die Schüler erst recht, wenn ihr natürlich den Link unten in der Videobeschreibung benutzt. Das ist auch kein Link, wo ich jetzt irgendwie begünstigt werde oder sonstiges. Nein, das ist einfach nur die Weiterführung eben zu dieser Umfrage. Natürlich ist es auch so gehandhabt, wie bei jeder Umfrage, dass am Anfang eine Einführung vorhanden ist, bei der genau beschrieben ist, worum es geht, was gemacht werden muss, worauf geachtet werden muss, etc. Und es nimmt wirklich nicht viel Zeit in Anspruch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet und das eventuell auch an andere, an Freunde, Familie, Bekannte oder so weiterleitet, dass da noch halt ein paar mehr Leute dazukommen. Ich verabschiede mich jetzt, ich werde jetzt gleich Tomb Raider 3 aufnehmen, damit halt morgen die nächste Folge kommen kann. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr nutzt den Link unten in der Videobeschreibung. Und tschü, ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass da super Ergebnisse rauskommen, dass du das gut für deine Arbeit benutzen kannst. Und ja, dann bis zu anderen Videos. Bis dann, dann tschüss, eure Thay.